So, jetzt sah ich unten wieder Spinnennester. Jetzt nehme ich mein Besen und das filme ich jetzt nicht und beseitige einige Nester im Hausangang. Das ist nur ein Hobby. Ja, und danach mache ich mir was zu essen. Hab ja noch ein bisschen was, so ist das ja nicht. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich mein Essen zubereite und ja, das war es dann erst mal aus meiner Sicht, weil ich irgendwie auch noch ein bisschen mehr Entspannung brauche, glaube ich. Es ist, vielleicht kommt er ja dahinter. Bis dann.